hallo hallo herzlichen willkommen zu einem fortnetshop heute am dienstag 7 november und wir gucken gleich mal was es heute gibt also einmal kristall wird hier neuen stil bekommen nach dem update das ist der alte und das ist der neue ist zurück nach elf tagen dann war wildcard nach 66 tagen zurück der hat hier verschiedene stile und zwar als karo als pik herz kreuz und hier einmal sag mal der joker die glückskarte dazu gibt es natürlich den schellenkoffer und dann haben wir den panzerknacker gleiter der ist auch noch 66 tagen zurück die lackierungen natürlich auch karo kreuz herz piek dann haben wir den party prügler nach 52 tagen zurück einmal hier ist gehen der hat hier verschiedene stile einmal in miliz in den miliz mit schimmer und in dunkel dazu gibt es natürlich das lamahorn schild auch in drei stilen aber den blitz und einmal hier in dunkel dann haben wir unser fischstäbchen paket ist nach 71 tagen zurück aber mit unserem fischstäbchen einmal als pirat und einmal noch als r dazu gibt es dann hier den salzwassertonnister die fliegenden korallen sehr meister gleiter und hier gibt es dann noch die stiefelstange dann haben wir hier drei lackierungen einmal glitschig einmal fischgesicht und einmal geschubbt ach so das wandel soll kosten 22 hier mit 4000 stimmen natürlich nicht so viel dazu das war es dann schon mit dem shop für heute das ging ja schnell wenn ihr übrigens ach so falls ihr die bundle kaufen wollt die es eigentlich sonst im shop doch gab dann müsst ihr jetzt über den epic launcher gehen da sind dann die pakete noch zu bekommen die gibt es aktuell nicht hier sondern nur über den epic launcher so dann war hallo bis zum nächsten shop euer sam